Um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen, und wir werden das auch fortsetzen. Das ist vereinbart mit den Sozialdemokraten, und dafür setzen wir uns ein. Und wir wollen das alles aber verfassungskonform tun, und dem wird einfach der Antrag der AfD nicht gerecht. Also, bevor ich dazu komme, will ich aber hier, weil das in der Debatte bisweilen unterging, überall, wo es rechtlich möglich ist, werden wir uns der Vollverschleierung entgegenstellen. Einfach deshalb, weil wir fest überzeugt sind, dass Burka und Niqab in keiner Weise unserer Vorstellung von einem Rechtsstaat und von einer deutschen Wertekultur entsprechen. Und ich sage das hier ausdrücklich, die Religionsfreiheit gehört zu Deutschland, aber der politische Islam, der gehört nicht zu Deutschland, und dagegen werden wir uns wenden. Und überall dort, wo der politische Islam versucht, unsere offene Lebensweise zu beschränken, da werden wir ihm die Härte des Rechtsstaats entgegenhalten. Und da sind mir auch die Zahlen, egal wie wenige das sind, das wird es mit uns nicht geben. Und dann aber, dann aber in Richtung jetzt der AfD, bevor Sie sich zu früh freuen. Wissen Sie, wenn wir von den Moslems verlangen, dass die sich an unsere Regeln halten, tun wir selbst auch gut daran, uns an unsere eigenen Regeln zu halten. Und Sie wissen vielleicht, mit Ihrem Vorschlag operieren Sie ganz deutlich im sensiblen, im grundrechtssensiblen Bereich der Religionsfreiheit. Und ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. Und es ist ja nicht nur so, es ist nicht nur so, dass Sie den Vorsitzenden des Rechtsausschusses stellen, sondern ein Viertel Ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich in dem Antrag in keiner Weise wieder, sondern der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich erstrotzt von falschen Behauptungen. Und das fängt schon an mit dem Schutzbereich der Religionsfreiheit. Sie behaupten, Burkertragen unterfällt nicht im Schutzbereich der Religionsfreiheit. Wissen Sie, ich finde das auch nicht toll. Aber die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und sogar das EGMR-Urteil, das Sie zitieren, sagt, die Religionsfreiheit schützt auch das Burkertragen im Schutzbereich. So, erster Fehler. Zweiter Fehler. Natürlich kann man Eingriffe in den Schutzbereich der Religionsfreiheit rechtfertigen, aber nach ständiger Rechtsprechung eben nur durch kollidierendes Verfassungsrecht. Und dazu führen Sie substanziell gar nichts aus. Sondern das, was Sie hier behaupten und das, was Herr Curio behauptet, hat, ist grober Unfug. Ja, nehmen wir mal das Beispiel Menschenwürde. Die Menschenwürde ist eben kein Zwangskorsett. Um das ganz deutlich zu sagen, also ich finde eine Burka ziemlich unwürdig. Und ich finde es unwürdig, dass die Frauen sich dadurch auch zum Objekt machen lassen. Herr Kollege, erlauben Sie möglicherweise eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Nolde aus der AfD-Fraktion? Sehr gerne, Herr Nolde. Herzliche Einladung. Herr Kollege, Sie reden hier viel über die Verfassung. War die Aufgabe der Grenzkontrollen durch die CDU verfassungskonform und war die Homo-Ehe verfassungskonform? Ja, Herr Nolde, ich finde es schön, dass Sie diese Frage stellen. Ich empfehle Ihnen zu sagen Ja, denn es gibt zu beiden noch kein entgegenlaufendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich sage Ihnen ausdrücklich, zur Homo-Ehe habe auch ich damals verfassungsrechtliche Bedenken gesehen. Darüber muss man reden. Da wird es Entscheidungen geben. Aber machen Sie sich mal eins klar, hier jetzt so zu tun. Wir wären die Rechtsbrecher. Sie haben nicht mal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drinsteht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Menschenwürde, Menschenwürde als Stichwort, hat Herr Curio angeführt. Und er hat gesagt, die Menschenwürde sei jetzt hier das Entgegenstehende. Ich habe gesagt, ich finde die Menschenwürde auch befremdlich, sozusagen für die Burka. Und das ist nicht würdig. Aber Fakt ist, die Menschenwürde schützt gleichzeitig nicht vor der Autonomie, eine Burka zu tragen, so sehr wir das auch sinnlos finden. Ich mache Ihnen das an einem Beispiel deutlich, das Sie vielleicht verstehen. Sie haben ja hier die Abgeordnetenfreiheit aus Artikel 38. Die zwingt Sie auch nicht dazu, richtige Anträge vorzulegen, sondern die erlaubt es Ihnen, so einen Quatsch hier vorzulegen. Ganz ehrlich. Und dann führen Sie noch an, das Recht auf Kommunikation, auch das ist absoluter Blödsinn. Wenn Sie sich da auf den EGMR stützen, kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie nicht schon, vielleicht hätte mal einer Ihrer Referenten das EGMR-Urteil gelesen. Da gibt es nämlich am Ende des Urteils ein Sondervotum der Richterin Angelika Nussberger, unsere deutsche EGMR-Richterin, die sagt, dass dieses Recht auf Kommunikation verfassungsdogmatisch schief ist. Hätten Sie mal zur Kenntnis nehmen können, und offene Kommunikation ist sonst auch nicht Ihre Stärke, wenn Sie Ihre Parteitage verhüllen und sagen, da sind keine Journalisten zugelassen. Ganz ehrlich. Sekunde, 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 Sekunde. Es gibt noch mal eine Zwischenfrage. Wollen Sie die zu? Gerne, gerne. Es gibt so viele Punkte, die ich hier aufarbeiten kann. Machen Sie weiter. Ja, es gibt trotzdem auch für Sie die Redezeit. Aber gut, jetzt haben Sie die Zwischenfrage noch zugelassen. Ja, vielen Dank, Herr Amthor, für das Zulassen der Zwischenfrage. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, und zwar vom CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Und dann möchte ich Sie bitten, da eine politische Bewertung vorzunehmen, auch hinsichtlich der in diesem Jahr stattfindenden Landtagswahl in Bayern. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat im Jahr 2017 Folgendes gesagt. Ein Verbot, gemeint ist hier die Vollverschleierung, ist möglich und notwendig. Das deutsche Verbötchen zur Vollverschleierung muss so wie in anderen Ländern Europas ausgeweitet werden. Weiter, wir geben unsere Identität nicht auf, sondern sind bereit, dafür zu kämpfen. Die Bürger gehört nicht zu Deutschland. Ja, super. Wie ist das in Einklang zu bringen mit den Reden, die ich aus Ihrer Fraktion zu diesem Punkt bis jetzt gehört habe? So, jetzt bitte. Ganz ehrlich, hätten Sie zugehört, genau das ist das, was ich gesagt habe. Und ich unterschreibe das eins zu eins, was Andi Scheuer gesagt hat. Und schauen Sie nach Bayern. Da kann man nämlich kompetenziell das beschränken. Das hat man in Bayern gemacht. In Bayern gibt es in keiner Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung. Und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Und ich sage Ihnen zum Abschluss eins. Sie stellen sich hier hin und wollen die Retter des christlichen Armlandes sein. Wir müssten die Verfassung ändern. Und wenn man das machen würde, würden Sie die Axt anlegen an die Wurzel der Religionsfreiheit. Und dieses Schrankensystem, was ich Ihnen gerade erklärt habe, hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um christliche Minderheiten zu schützen. Und das sollte für Sie einfach das Entscheidende sein. Sie sind weder die Retter des christlichen Armlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank.